Große Presseheuchelei und Fake News. Aufgrund eines rassistischen Übergriffs auf die CDU-Frau Adeline Avemo gibt es überall Schlagzeilen. Doch passiert ähnliches oder Schlimmeres der AfD, gibt's wenig bis gar nix. Ja, die Presse verbreitet mal wieder Fake News und verhält sich heuchlerisch. Und Rassismus durch die Presse selbst spielt auch noch eine Rolle. Am Donnerstagabend 20.30 Uhr gab es einen rassistischen Übergriff auf die dunkelhäutige CDU-Frau Adeline Avemo. Aber was da genau war, kann man schwierig sagen, denn in den Pressemeldungen dazu steht relativ wenig. Da steht nur, dass Avemo mit der Verwandtschaft unterwegs war zum politischen Plakate kleben und dass eine 29-Jährige auf die CDU-Frau losgegangen ist und sie rassistisch beleidigt hat und sie am Hals getroffen hat. Dabei soll die CDU-Frau leicht verletzt worden sein und musste ins Krankenhaus. Wobei je nach Zeitungsartikel hier und da was anderes steht. Liest man aber die Pressemeldung der Polizei, kriegt das Ganze ein anderes Bild. Zum Beispiel steht in der Pressemitteilung von der Polizei nichts von Verletzung. Da steht nur, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde zur Untersuchung und dass sie nach ambulanter Behandlung wieder gehen konnte. Und das heißt nun mal nicht, dass man da verletzt wurde. Man fragt sich also an der Stelle, warum hier schon wieder Sachen zugedichtet wurden, die gar nicht in der Pressemitteilung von der Polizei stehen. Ähnlich problematisch ist das auch mit diesem Rassismus, der da gewesen sein soll. Denn es wird gesagt, dass die angreifende Dame gesagt hat, ihr seid keine Menschen. Und dass weitere Beleidigungen in dieser Diktion, wie die Polizei schreibt, auch noch folgten. Und da muss man nun mal ehrlicherweise sagen, ihr seid keine Menschen kann Verschiedenes bedeuten. Abgesehen davon, dass landläufig vielen Politikern gern abgesprochen wird, überhaupt Menschen zu sein, gibt es auch Äußerungen, die sagen, wer AfD wählt, ist kein Mensch. Oder anders gesagt, diese Formulierung hat nicht zwingend einen rassistischen Hintergrund. Oder anders gesagt, die Berichterstattung, die hier sagt, es hat sich hier um Rassismus gehandelt, die ist wirklich sehr fragwürdig. Übrigens, was da handgreiflich passiert ist bei der ganzen Geschichte, wo dann die von der CDU am Hals getroffen wurde, ist auch so ein Brief mit sieben Siegeln. Denn dazu schreibt die Polizei, in der Folge kam es zu einer Tätlichkeit von der Unbekannten ihr gegenüber, in dessen Folge sie am Hals getroffen wurde. Wo man sich so fragt, hä, warum schreibt man nicht, die hat zugetreten, da gab es einen Schlag oder was war es nur. Ich meine, nicht, dass ihr im Nachhinein rauskommt, da hat die eine Dame die andere Dame mit der Handtasche geschlagen. Wäre natürlich auch nicht gut, weil was in so einer Damenhandtasche drin ist, ist oft ziemlich schwer. Ja, das tut weh. Würde natürlich über ein ganz anderes Bild zeichnen, als das, was man in der Presse uns vermitteln will. Es fragt sich ja also, warum schreibt die Polizei so kryptisch und wieso fragt keiner bei der Polizei richtig nach, um rauszukriegen, was war denn da nu? Übrigens etwas, was in vielen Artikeln fehlt, ist, dass die Angreiferin, also die Nicht-Politikerin, die 29-jährige Täterin, die hat die CDU-Politikerin auch angezeigt, wegen Körperverletzung. Und wie wir ja im Fall von Greves Mühlen wissen, wird da die Gewalt durch die dunkelhäutigen Eltern heruntergespielt und da auch die Anzeige gegen den Vater verharmlosend als, ja, das ist ja bloß eine Gegenanzeige hingestellt. Es stellt sich ja also die Frage, was ist denn tatsächlich passiert? Und man muss auch bedenken, die CDU-Politikerin war mit mehreren Familienmitgliedern unterwegs. Sprich, es gab ja ein Verhältnis von drei oder mehr zu eins. Ist auch wieder so eine recht merkwürdige Sache. Gab ja vor ein paar Monaten auch so einen Angriff auf eine grüne Politikerin, die Plakate geklebt hat, wo kurioserweise auch ein Kamerateam dabei war, das das filmte. Was, wenn man sich das genauer anguckt, halt die Frage aufwirft, ob das nicht inszeniert war. Ich hab da ja mal ein Video drüber gemacht. Sprich, es stellt sich ja auch die Frage, ob das nicht vielleicht auch irgendwie inszeniert ist oder provoziert ist oder wie man das auch immer nennen will dann. Auf jeden Fall hat die Presseberichterstattung bezüglich dieser ganzen Geschichte einen ziemlichen Fake-News-Beigeschmack. Aber, das reicht doch nicht, es ist auch ziemlich heuchlerisch. Denn obwohl solche Vorfälle, egal was jetzt hier genau passiert ist, natürlich nicht die feine englische Art sind, sind sie im Vergleich zur AfD und was da für Vorfälle passieren, naja, wie sagen wir es mal, da ist doch eine ziemliche Diskrepanz dazwischen. Bei der AfD geht's irgendwie immer mehr zur Sache. Zum Beispiel ein Fall aus Karlsruhe vor ein bisschen mehr als einem Monat, wo zwei AfD-Stadträte angegriffen wurden in einem Café von mehreren Vermummten. Also auf jeden Fall ein Fall, der wesentlich krasser ist, aber die Presselandschaft war nicht so zugepflastert wie jetzt bei dem Fall mit der CDU-Frau. Man könnte also durchaus sagen, was die Presse hier abzieht, ist pure Heuchelei. Aber abgesehen von der Heuchelei, finde ich es auch rassistisch, was die Presse hier abzieht. Denn rassistische Beleidigung gegen dunkelhäutige Leute bei der AfD, also da findet sich nicht so viel in der Presse. Aber vielleicht ist der Presse ja egal, oder die finden das gut, wenn man Rassismus gegen dunkelhäutige AfDler einsetzt. Und ja, natürlich habe ich da ein Beispiel, und zwar Catherine Schmiedl. Und ja, die ist dunkelhäutig, und ja, die ist bei der AfD. Anfang April gab es mit ihr ein Interview auf einem AfD-YouTube-Kanal, wo sie über rassistische Anfeindungen gegen sich berichtet und da auch Beschimpfungen nennt, die wesentlich schlimmer sind als das, was die CDU-Dame erdulden musste. Berichte dazu gibt es aber in der Presse null. Und das, was man über die Dame findet, naja, das ist ziemlich abfällig bis dahingehend, dass sie als Lügnerin hingestellt wird, wenn sie sagt, dass sie rassistisch angefeindet wird. Ja, Dunkelhäutige in der AfD rassistisch anfeinden, ist anscheinend bei der Presse beliebt, gern gesehen und findet man eigentlich super. Also ich muss sagen, ich finde das nicht super. Jemanden rassistisch anzugreifen ist so oder so nie super. Egal, ob nur bei der CDU, CSU, FDP, AfD und so weiter und so fort, das geht nie. Aber wer nach Pressemeinung das Falsche denkt, dem wird dann wohl die Menschenwürde gerne abgesprochen und dann ist Rassismus egal. Ja, schon traurig, dass die Presse immer wieder heuchlerische, rassistische Fake News verbreitet. Und ich muss sagen, wo ich die Schlagzeilen mit der Avemo gelesen habe, dachte ich erstmal, ja, das wird schon stimmen. Dann las ich aber den Polizeibericht und eigentlich ging es mir nur darum, hier kritisch anzumerken, wie rassistisch und heuchlerisch die Presse sich verhält, dass dann aber nur schon wieder Fake News draus geworden sind. Ja, schon ziemlich erbärmlich, wie regelmäßig die Presse Fake News verbreitet. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Ursula von der Leyen solchen Falschmeldesachen ja den großen Kampf angesagt hat, muss ich sagen, was will sie denn machen? Die gesamte Presse verbieten oder was? Weil Fake News verbreiten ist deren Tag täglich Brot, das machen die ständig. Und ja, das machen die nicht mal zwingend absichtlich. Und das geht schon damit los, dass der eine von dem anderen abschreibt, weil man zu faul ist, seine Arbeit richtig zu machen. Wie man zum Beispiel am Bericht von News zu dem Vorfall lesen kann, der eine journalistische Totalkatastrophe ist, weil da so gut wie alles fehlt und man es offenkundig nicht mal geschafft hat, mehrere Artikel zu lesen, geschweige denn wenigstens die Polizeimeldung. Ist aber vielleicht einfach zu viel verlangt von mir. Aber naja, mal abworten, vielleicht kommt ja noch ein Journalist auf die Idee, man müsste doch mal da richtiger nachfragen und nachbauen und fragen, was war denn jetzt da genau? Und vielleicht wissen wir irgendwann mehr. Aber üblicherweise verschwinden solche Sachen in der Versenkung und man redet dann später nie wieder darüber, weil man schon wieder an der nächsten Zeitungsente dran ist, ohne dass man als Journalist merkt, dass man da eigentlich gerade eine Zeitungsente zu Papier bringt. Also in diesem Sinne, nag, 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 lieber Journalist, schreibt doch bitte nicht so ein Quark.